Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Challenge-Video. Dieses Mal zum Thema Toilettenpapierrollen. Und ich zeige euch, wie man daraus einen schönen Stiftehalter macht, so eine Stiftebox. Ich habe drei Rollen benutzt, ihr könnt natürlich auch mehr benutzen, und Washi-Tape. Das Ganze habe ich dann beklebt und mit Heißklebe zusammengeklebt. Und was ihr sonst noch braucht und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für diesen Stiftehalter braucht ihr als erstes natürlich einmal Klopapierrollen. Ich habe hier drei benutzt, ihr könnt natürlich auch mehr benutzen und mehrere aneinander kleben. Und ich habe hier einen Bierdeckel, den habe ich schon mal mit Washi-Tape abgeklebt. Also einmal komplett eine Schicht Washi-Tape drüber. Das wird nachher der Boden. Dann habe ich hier verschiedenes Washi-Tape und Aufkleber und meine Heißklebepistole, um es nachher alles aneinander zu kleben. Wenn ihr keine Heißklebepistole da habt, könnt ihr auch normale Klebe benutzen. Das funktioniert natürlich auch. Mit Heißklebe ist es immer ein bisschen einfacher. Und ich zeige euch jetzt als erstes, wie ich hier oben das Ganze mit Washi-Tape abgeklebt habe. Dafür braucht ihr zusätzlich noch eine Schere oder wenn ihr Washi-Tape habt, was man gut reißen kann, könnt ihr es auch einfach abreißen. Ich dekoriere hier oben die Rolle mit rosa Washi-Tape, mit diesem Pünktchen. Ich schneide mir immer so ein paar Zentimeter Streifen ab und klebe sie dann auf, sodass sie auch noch oben reingehen und dann auch noch oben sichtbar sind. Und wenn man dann nämlich in die Stiftebox reinguckt, sieht man nicht das Grau oder das Braune der Klopapier rollen, sondern wirklich auch noch schönes Washi-Tape. Und das mache ich jetzt einmal ringsherum. Meine dritte Rolle ist dann oben am Rand auch vollständig beklebt und es geht dann weiter mit der Heißklebepistole. Als erstes klebe ich die Rollen aneinander, dann werden sie weiter beklebt und dann klebe ich sie hier auf den Bierdeckel mit dem Washi-Tape. Wenn ihr mehr Rollen benutzt für eure Stiftebox, dann könnt ihr auch ein größeres Stück Pappe benutzen. Ihr könnt euch einfach aus einer Konflexpackung ein Stück Pappe zurechtschneiden, das schön bekleben oder bemalen und das als Boden benutzen. So, meine Heißklebepistole, sie ist fertig und ich klebe als erstes erstmal zwei Rollen aneinander. Im unteren Bereich ein bisschen stärker als im oberen, damit man es oben nicht so viel sieht. Und dann kommt genau in die Mitte, in die dritte. Dann lasse ich die drei Rollen erstmal trocknen, bevor ich sie dann weiter beklebe. Dann beklebe ich die Rollen im unteren Bereich mit Washi-Tape und dafür starte ich unten. Und klebe ringsherum eine Reihe Washi-Tape. Und das setze ich jetzt nach oben hin fort. Bis in den Bereich, wo ich eh schon oben Washi-Tape angeklebt habe. Bis irgendwann mal wieder. Bis dann, wo ich eben anfas? Washi-Lape an. Bis dann. So, die Rollen habe ich jetzt auch ringsherum beklebt, wirklich bis in die Höhe, wo alles hier oben auch gut verklebt ist. Und jetzt klebe ich es hier auf meinen Beerdeckel fest, hier einmal die Heißklebepistole wieder und die ist auch wieder heiß. Und ich klebe jetzt einmal hier am unteren Rand entlang. Und drücke es dann möglichst mittig auf. Und dann wieder gut trocknen lassen. Nachdem es gut getrocknet ist, habe ich jetzt schon mal ein paar Stifte hineingestellt. Und jetzt kommt noch ein schöner Aufkleber mittig davor. Make with love. Hier einmal mittig drauf. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wirklich ganz kunterbunt. Und ich finde es wirklich richtig schön und richtig lustig geworden. Und wenn es euch auch gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein schönes Thema haben. So, dann wollen wir mal wieder einen Begriff für nächste Woche ziehen. Ja, Tati ist wieder dran. Und ich ziehe hier einen. Schauen wir mal, was das ist. Kürbisse schnitzen. Oh ja, das ist schön. Jetzt geht ja bald der Oktober los. Das passt doch ganz gut. Fast schön zur Jahreszeit, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, was wir sonst noch so machen können bei unseren Challenges, irgendwelche Themen noch, dann schreibt uns das gerne alles in die Kommentare. Genau, und wir schmeißen das dann alles ins Glas mit rein. Und vielleicht wird es dann nächste Woche schon gezogen. Sonst schaut doch unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal. Und ja, wir freuen uns über eure Kommentare, eure Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.